So, jetzt bin ich auch mal gespannt. Bin ich live? Hey, wir sind live. Guck mal, da ist der Harry, aus dem Backstage. Wir sind jetzt hier mehr oder weniger kurz vor der Show in Nieheim. Unser Freund, der Matthias, der hat gerade schon bei Kicks gespielt. Ich muss ihn mal aufgewärmt. Und gleich bei Exes, hoffe ich mal, dass er nicht zusammenbricht. Nein, nein, nein. Immer Wasser trinken und so, Vitamine, Bräume, Naschung, alles gut. Wie wir alle, ne? Ihr seht ja hier, Schmackofatzen ist alles da hier. Schöne Schnitzel, also von daher alles perfekt. Guck mal, Rob, was los? Zähne kaputt? Gebiss dabei? Ja, also so machen wir uns fit für die Show, indem wir einfach ein bisschen hier relaxen in unserem wunderbaren Raum hier und in der Stadthalle Nieheim ein bisschen Gas geben. Also Freunde, gleich sind wir auf der Bühne. Ich bin mal gespannt, was wir da machen, weil wir waren lange nicht mehr auf der Bühne. Wir waren lange nicht mehr darauf und wir machen heute die erste Show nach zwei Jahren. Ich bin mal gespannt, wie das werden wird. Also drückt uns die Daumen, dass das geil wird. Wenn nicht, habt ihr, dann ist es auch egal. Wir geben unser Bestes natürlich, so wie immer. Guck mal, ich habe ein Exes-Shirt an. Dann kommt der Schlagzeuger nach vorne, der ist relativ klein. Dann kommt der hat ein Exes-Shirt an. Warte, hier ist der Bauch, da drüber hin. Und der hat ein Steel Panther-Shirt dabei. Steel Pugin ist ungefähr drei Kumpel größer. Der hat ein anderes Shirt dabei. Was ist das denn für eine Firma? Das ist ein Totenkopf. Wenn du weiter weg gehst, die ist ein Totenkopf. Was ist das denn für eine Firma? Das ist ein Totenkopf. Geil. Geil. Also. Ciao. Das mache ich jedes Mal und weiß, alles ist da. Superklasse. So Freunde, ich muss gleich auf die Bühne. Ich wünsche euch alles Gute und Liebe und gebt Vollgas. Kann ich dich jetzt... Wie mache ich den Livestream denn wieder aus? Geil. Das ist ja alles kompliziert. Ja. Das ist ja alles Lavenderin. Ich wünsche euch an Prüfen, ich weiß noch einen Topshop. Je putain alles Gute und Menü. Vielen Dank.